Ja, hallo Freunde, Christian Schummeier, Patrick Korb, beziehungsweise Coach, Sticholm-Syloge. Und ja, weil das gerade so, zumindest in bestimmten Teilen der Medienwelt, so ein großes Thema ist, wollte ich mal wieder was sagen zu Iris und Peter Klein, die ja in diesem Promi-Big-Brother-Haus sind. Wenn ihr die nicht kennt und euch diese Trash-Sache nicht interessieren, einfach vorspulen zum nächsten Video. Ich weiß, dass es eine Menge Leute gibt, die es interessiert und genau, für die mache ich das jetzt. Genau, was kann man da jetzt sehen? Also jetzt ist ja so die interessante Sache, dass es auf einmal so ist, jetzt ist ja Iris die Liebe und Peter ist vielleicht doch der Böse, weil er ihr nicht die gute Matratze gegeben hat und was weiß ich. Und weil er ein paar Mal, ich habe jetzt nicht alles gesehen, aber scheinbar unwirsch war. Und sie sich, was ja auch stimmt, sehr emotional und nahbar zeigt, was ja auch toll ist. Und ja, ich habe da tatsächlich ein paar Gedanken zu. Ich würde die einfach gerne ein bisschen als Anlass nehmen, weil wenn man da was sieht, was man so öfter in der freien Wildbahn sieht, sage ich mal. Ich will mir jetzt aber nicht anmaßen zu wissen, was da genau exakt zwischen denen abgeht. Ich wünsche den beiden auf jeden Fall nur das Beste, überhaupt keine Frage. Aber okay, gehen wir mal zurück. Was haben die gehabt? Die haben eine richtig messy, beschissene Trennung gehabt. Die auch noch natürlich in der Öffentlichkeit teilweise abläuft, was ja auch Iris sehr stark gefördert hat, sage ich mal. Aber gut, ist wie es ist. Ja, vielleicht auch. Er versucht ja auch in die Öffentlichkeit zu kommen, nicht unbedingt mit seiner Beziehung, gar mit anderen Sachen. So, und das ist natürlich, man sieht, dass das total ätzend ist. Und für mich so als Paartherapeut ist es, sage ich immer noch, eine ganz normale Trennung. Normal heißt jetzt aber nicht, dass es nicht schlimm ist. Es ist total schlimm, sich nach so vielen Jahren zu trennen. Und normale Trennung heißt auch nicht, dass das total ätzend abläuft. Aber so läuft es oft ab. Also man war vielleicht schon länger unglücklich. Ist vielleicht ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, eine turbulente Beziehung gewesen. So, vielleicht schon länger unzufrieden, verguckt sich denn irgendjemand, ob da jetzt was gelaufen ist oder nicht. Auf jeden Fall haben die irgendwie geflirtet. Auf jeden Fall hat er sich verliebt. Und letzten Endes haben sich ja dann auch getrennt. Also da jetzt so ein Riesen, ich tue mich immer schwer, ich weiß jetzt nicht, was da alles genau passiert, das wissen wir alle nicht. Aber da jetzt so ein Riesenfass aufzumachen, er ist fremdgegangen. Ja, er hat sich ja auch getrennt dann. Und wie viele Leute trennen sich denn, ohne dass die verknallt sind, jemand Neues? Das ist also die Minderheit. Die meisten haben jemand Neues am Start zumindest. Klar. Und was weiß ich, wenn das jetzt wirklich entstanden ist, im Dschungel. Was soll man denn machen? So, dann erst nach Hause fliegen und dann sagen, ich trenne mich jetzt und dann wieder zurückfliegen und dann mit den anderen flirten. Keine Ahnung. Aber keine Ahnung, vielleicht war danach noch Sachen schwierig. Ich will jetzt auch, ich weiß es nicht, wir machen alle Fehler. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, das ist für mich das, ja, wann trennt man sich denn? Also das ist, klar, man sagt immer so, ja, wenn ich unzufrieden bin, dann trenne ich mich. Ja, die sind aber so lange zusammen. Ich meine, das überlegst du dir das tausendmal, du willst dann auch nicht mehr, das sind auch keine 20 mehr. Du überlegst dir das tausendmal und brauchst vielleicht diesen Tritt in den Arsch von, oh, jetzt habe ich mich verguckt, denn jemand anders, um dann letzten Schritt zu gehen. Egal. Aber genau weiß ich es ja auch nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall offensichtlich super ätzende Trennung. So, jetzt, klar, die stehen in der Öffentlichkeit, Teil ihres Businesses ist, in diese Shows zu gehen. Natürlich müssen sie damit rechnen, dass sie aufeinandertreffen. Sie treffen aufeinander. Natürlich versucht Big Brother, also der Sender, das auszuschlachten, bis zum Gehen nicht mehr, immer wieder zusammenzustecken. Und natürlich ist das super ätzend. Also wenn ich mir vorstelle, mit so einer von meinen, ich hatte ja auch ruhige Beziehungen, was weiß ich, ich habe ja einer von meinen schlimmen Beziehungen, wenn ich mir vorstelle, ich wäre da im Promi-Brick-Batter-Haus und die würden mich da in so einen Hot Tub stecken. Und jetzt muss ich darüber mal reden, ey, also absolutes, würde es bei mir auch Zähnegrimmen geben auf jeden Fall. Und ich wäre not amused und hätte da überhaupt keinen Bock drauf. Und ja, wie gesagt, Iris, was ja auch grundsätzlich toll ist, sie gibt sich da sehr nahbar und ich finde auch, ich habe da reingeguckt, finde auch, sie wirkte sehr nahbar, also ganz anders als sonst. Und das ist toll, ne, also es ist absolut toll, trotzdem sollte man immer ein Fragezeichen dransetzen, weil Menschen ändern sich nicht so schnell irgendwie, ne. Und immerhin ist sie jetzt, glaube ich, ein halbes Jahr auf ihm rumgetrampelt und es hat auch jetzt nichts mit Mann und Frau zu tun, es hätte andersrum genauso sein können. Und hat die Frauen, der sich, er sich jetzt so mal irgendwie verguckt hat, als läufige Hündin bezeichnet, also ich meine, das ist ja nicht, dass das alles auf einmal vom Tisch ist, ne. Und dann kommt da, fällt jetzt der Name gerade nicht an, die Lara hieß die, glaube ich, kommt dann da und sagt, ja, reicht euch doch mal die Hand. Da denkst du doch, am Arsch, ey, am Arsch, reicht euch mal die Hand, sind wir 16 oder was und haben irgendwie einen Schulhofstreit gemacht und reicht euch mal die Hand. Ja, das geht dann nicht, wenn du so sauer bist, ne, du bist einfach total sauer. Und verletzt und dann kommt natürlich der Kampf um die Scheidung, der steht ja noch aus bei denen. Also dafür halten sie sich noch echt gut, finde ich, da in dieser Show. Und auch da, dass da auch drüber diskutiert wird, ob Peter seinen Anteil da kriegen kann. Warum diskutiert man das denn? Warum sagen da Leute, er darf seinen Anteil nicht kriegen? Das kann ich überhaupt nicht begreifen. Es gibt Gesetze, da müssen sich Männer dran halten, da müssen sich Frauen dran halten. Denn offensichtlich haben die keinen Ehevertrag und dann wird eben geteilt, fertig. Ja, das geht einmal so rum, das geht einmal so rum. Aber worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ist, das hat mich erinnert an Situationen aus meinem Leben. Das kann jetzt richtig sein, das kann falsch sein. Aber ich erinnere mich an eine Beziehung, die ich mal hatte, wo wir so im Laufe der Trennung, sag ich mal, auch noch, sag mal so Termine hatten, wo wir mit Dritten in einem Raum waren. Oder es war kurz vor der Trennung, kurz nach der Trennung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall super ätzende Trennung und ich weiß noch auch, dass ich mir damals geschworen habe, ich will mit dieser Person nie wieder in einem Raum sitzen, weil ich jedes Mal wieder letzte Depp ausgesehen habe. Egal. Und wie gesagt, jeder hat natürlich seine eigene Wahrnehmung von so einer Trennung. Also ich fand meiner Wahrnehmung jetzt nicht so viel dazu beigetragen, aber die andere Seite sieht das natürlich immer ganz anders. Aber ich dachte, wie kann das denn sein? Also ich, wie gesagt, bis heute würde ich denken, das ist eine Trennung, die jetzt nicht unbedingt zu meinen Gunsten ausgegangen ist. Und dann sitzt du da in so einem Raum mit anderem und plötzlich fängt da irgendjemand an zu weinen und du stehst wie der letzte Depp da. Und also das ist auch genau, was mir auch passiert ist, dass dann das Gegenüber gesagt hat, Mensch, da sind ja noch so viele Gefühle, reicht euch doch mal die Hand. Und ich sagte, ich kotze quer über den Tisch, wirklich. Ich dachte, ey, was ist das für eine Scheiße jetzt so? Ich meine, bei allem Verständnis. Und wie gesagt, ich sage auch gar nicht, dass weder bei mir noch bei Ihres Kleinen, dass das irgendwie manipulativ ist. Also wenn die, sie ist da so, wie sie ist. Und trotzdem kenne ich auch, deswegen habe ich dieses Video auch gemacht, kenne ich auch aus der Paartherapie, dass du manchmal denkst, das ist aber ein netter Mensch, das ist ja der Nette von den beiden irgendwie so. Und dann stellt sich irgendwann heraus, ja, dass derjenige, der nicht so nett wirkt, dass der eigentlich komplett unter die Räder gekommen ist. Also vom Täter-Opfer-Denken, außer so ganz krassen Sachen, halt ist sowieso nicht so viel, weil so bei einer normalen Beziehung, beide sind da drin, beide haben ihre Anteile, wissen wir ja, plus minus zieht sich an, bedingt sich gegenseitig. Deswegen, ja, auch der mehr unter die Räder kommt, muss natürlich auch seine eigenen Anteile bearbeiten. Aber ich sage es nur so, das ist nicht immer, dass derjenige, der netter wirkt, auch der Nettere ist. Das kann man jetzt echt nicht sagen. Deswegen finde ich das ein bisschen befremdlich. Also man kann ja gern, soll ich mal sagen, so eine neutrale Haltung annehmen und sagen, wir wissen es nicht genau, was da passiert. Und mal wirkt der eine netter, mal der andere. Aber jetzt aus diesem Big Brother Haus abzuleiten, dass Peter der Blöde ist und Iris die Liebe ist, das halte ich für eine sehr gewagte These. Es sei denn, wird das sofort alles, was ich hier sage, über den Haufen schmeißen, wenn die da rausgehen und sie nicht, was sie die ganze Zeit macht, dass sie immer wieder dieses Thema aufbringt, wirklich bei allem Verständnis. Aber sie lässt es ja nicht zu, dass diese Trennung endlich vorbeigeht. Immer muss sie es wieder aufbringen. Und wenn sie das lassen würde und diesen Ton, den sie jetzt da anschließt, auch in Zukunft, so in ihrem Social-Media-Content, auch so einen Ton anschließt, da würde ich sagen, oh ne, ja, da hat sich wirklich was geändert. Absolut. Aber wenn das Gehetze weitergeht, dann, was ich ehrlich gesagt vermute, aber gut, ich weiß es nicht, ich habe auch keine Glaskugel. Dann, ja, dann war es halt nur eine Episode. Aber trotzdem, was auch immer ich hier sage, beide haben natürlich unser ganzes Mitgefühl, also wie andere Paare auch, also für mich sind die ein komplett normales Paar, wirklich normal scheiße halt so, ne. haben die unser, wie alle anderen auch, unser Mitgefühl verdient, wie das Paar nebenan, was sich ätzend trennt. Genauso. Ich kann nur sagen, bei den Trennungen, die bei mir auf den Tisch kommen, in der Paartherapie-Praxis, also, sagen wir mal auf einer Skala von 0 bis 100 ist das, was die da haben, ist irgendwie maximal eine 30 oder so. Also das ist jetzt nicht irgendwie Weltuntergang, was nicht heißt, dass es für einen persönlich, ähm, ja, ähm, ganz schlimme Sache ist. Ja, ich hatte ja auch noch dann gehört, dass, ähm, das ist natürlich auch scheiße, dass dann ihr neuer Freund, der jetzt verständlicherweise nichts ins Fernsehen will, kann ich total verstehen, ähm, das hat sie ja keine Nachricht von ihm gekriegt und, äh, hatte ich jetzt heute auch gehört, dass sie sich so super romantisch kennengelernt haben sollen, in einem Wolkenbruch auf dem Parkplatz bei, ähm, weiß ich nicht, Penny irgendwas, äh, und er hat hier, hat sie gerettet aus einer Wolkenbruch-Situation, wo dann, wo Leute recherchiert haben, ja, da gab es aber weit und breit keinen Wolkenbruch, äh, an dem Orden in der Zeit und, ähm, ich auch wieder dachte, Mann, ey, muss das immer alles so, also ein Merkmal von vielen schwierigen Beziehungen ist auf jeden Fall Drama, 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 Drama. Lieben wir ja scheinbar alle, gucken uns ja auch an, obwohl ich persönlich, habe ich schon letztes Jahr gedacht, äh, das ist jetzt nur meine private Medienmeinung, mich holt Big Brother da überhaupt nicht ab, ich finde das kreuzlangweilig, meiner Ansicht nach, ist es noch viel langweiliger geworden, dadurch, dass sie diese drei Räume nicht mehr hatten wie letztes Jahr, das fand ich irgendwie noch ganz interessant, ich glaube, letztes Jahr haben wir das auch geguckt, dieses Jahr bin ich völlig, also, ich habe mich jetzt schon, ich habe, wie gesagt, mal reingeguckt und Zusammenfassung gesehen, aber, äh, ist glaube ich nicht so gelaufen, wie sie das geplant hatten, ist irgendwie, ja, ist irgendwie langweilig, aber ich bin trotzdem, bewundere ich die Leute auch, also, ich würde so einen Koller kriegen, da eben so viel, so viel, ich finde ja so, Intro und so viele Leute auf einen Haufen und, oh, Alter, 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 ach, die Welt ist einfach crazy, ist es nicht so, ja, was denkt ihr dazu, ansonsten, wie gesagt, ich sage es nochmal, wünsche ich den beiden das Allerbeste und dass sie kreuzglücklich werden in ihrem Leben noch, wenn sie es jetzt nicht sind und, ähm, in diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder, ciao, ihr Lieben. Vielen Dank.